Servus und willkommen zu Forteim 1 gegen 1 und wie ihr seht, wir sind schon wieder auf Hilfurt und wir sind schon wieder Phantom, aber unser Gegner ist diesmal nicht unser Lieblingspilz, sondern der bierige Bär. Hier drüben aktuell gerade Rang 40. Ja, 40 war er. Und ja, der Gute weiß, wie man das Spiel spielt, deswegen denke ich, dass das doch eine unterhaltsame Runde werden wird. Mal gucken, was so passiert. Persönlich fühle ich mich mit Phantom auf Hilfurt relativ wohl und safe und da kann nicht viel Böses und Schlimmes passieren. Okay, er geht selbst hier für einen Mörser. Interessant. Den möchte ich ihm nicht geben. Oh, wir haben Core-Damage. Wir haben Core-Damage. Schnell Disconnecten. Ne, mach das nicht. Das ist richtig assi. So. Okay. Oh, wir haben hier schön Übergewicht. Der Mörser hat null Winkel. So. Wir haben einen Gunner. Er hat keinen Gunner. Das heißt, ich würde sagen, der Vorteil liegt ganz klar auf unserer Seite. Ah, okay. Er probiert jetzt mit meinem Gunner meinen Schuss zu blocken. Verstehe. Macht er clever. Ah, okay. Diesmal hat der Gunner einfach gar nichts getroffen. Wir haben einen grünen Helm. Könnte sein, dass er Architekt spielt. Das würde es unangenehm machen. Hm. Ja, komm. Zum Glück hat er den Winkel nicht, den er braucht. Ja. Ah, der Gunner trifft. Schade. So. Die Windturbine wird repariert. Das heißt, ich kriege sie nicht. Ah, komm. Verkaufen wir hier mal. Was soll der Geiz? So. Hier die T2. Ja, ich komme da nicht bei der einen Gunner, der... Oh, obwohl. Der kommt. Ja. Bei ihm kommt hier auch die T2. Die ist Gott sei Dank gut versteckt. Und ja, hier der Gunner von ihm. Ah, kann sie rausnehmen. Kriege ich die? Ah, komm, 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 komm. Gib ihm bitte die Windturbine. Oh, nein. Doch. Hab sie. Okay. Er hat den Winkel gefunden für die Windturbine. Ja, schnell reparieren. Schnell reparieren. So. Wir geben unseren Mörser hier auf. Gehen hier für ein Upgrade Center und holen uns noch einen zweiten Gunner. Wir werden hier ohne Haubitze spielen, weil... Haubitze ist so etwas, wo man damit rechnet einfach. Hm. So. Hier ist die Stability Tag. Wir haben jetzt auch einen zweiten Gunner gebaut, einfach nur um dafür Sorge zu tragen, dass wir unsere Windturbinen nicht verlieren, weil... Das ist immer sehr unangenehm und teuer, wenn die weg sind, weil... Ohne Energie spielt es sich halt sehr, sehr schlecht. Und dann müssen wir hier gleich nach oben das Ganze anfaken, als ob wir eine Kanone hätten. Der Gunner, der wird umgeplaced. So. Hier nochmal das. Der kommt da hin und... Da kommt dies. Okay. Das passt soweit. Und dann... Bauen wir das doch so. Er soll die Waffe relativ spät erst sehen, sodass es irgendwie... Glaubhaft... Glaubwürdig ist... Glaubhaft. Doch, glaubhaft ist ein richtiges Wort. So. Dann kommt hier das... Autsch. Ey. Warum schießt er denn auf mich? Wie unangenehm. So. Dann hätten wir hier noch ein bisschen Defense. Das passt. Die Portale sind nicht connected. Das ist schlecht. So. Und dann können wir jetzt hier ein bisschen frei machen, dass er das Gefühl hat, dass er da was abschießen kann. So. Sehr schön. Ganz ehrlich. Ich gehe hier für zwei Bassos und gucke mal, ob ich ihn schießen kann. Ach, Käsen. Wir haben ja gelernt, das Ding heißt ja Käsen und nicht Schießen. Ich gucke mal, ob ich ihn dann käsen kann. Äh, weil das wäre ganz cool. Er darf die Kanone weiterhin noch sehen, damit er auch weiß, wohin er schießen muss. Das wäre ja etwas unvorteilhaft, wenn ich meinem Gegner diesen Wink hier gebe und dann alles dicht mache, was das angeht. So, genauso wie, ja, der Ganner kommt nachher da. Und eine Buster und zwei Buster. Mal gucken. Oh, da ist was drin. Ich kann es absägen. Komm her, gib mir das. Oh, nein, 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 nein. Böse Architekt. Nein. Okay. Doof, doof, doof. Dann verteilen wir das doch mal so. Und. Ach, alles Metall jetzt. Mist. Mist, Mist, Mist. Das wird so rum gemacht. Mist. Schade. Ich konnte ihn hier nicht absägen. Unangenehm. Ja. Oh, das waren alle Windturbinen. Dein Ernst jetzt gerade. Ach. Sehr, sehr unangenehm. Oh, da kommt ein Howie. Der kommt zurück. Okay, hat er also auch ein Howie gebaut. Gut, dass ich da jetzt Bescheid weiß. Wir müssen also ein paar Gunner ins Spiel bringen. Und am besten nicht zu wenige davon. So. Kannst du bitte mal aufhören? Danke. Wenn du es selbst beschießt, damit kann ich wunderbar leben. So. Gut, gut, gut. Die Gunner werden gebaut. Das Schild hätte ich da gerne. Wir haben quasi null Bewaffnung aktuell. Wir haben nichts. Das ist aber gut. Weil, wenn wir nichts haben, ist da auch nichts, womit er aktuell rechnet. So. Ja. Komm mal her. So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch aus wie ein Meisterwerk, oder? So. Wahrscheinlich macht es einfach gleich Bumm. Ja. Was einfach zu schwer ist. Sehr gut. Der kann auch weg. Mist. Das ist jetzt nicht so geil. Wir haben jetzt halt hier eine kleine Paz-Situation erzeugt. Weil er kommt nicht an uns ran. Und wir kommen nicht an ihn ran. Schwierig, schwierig, schwierig. Der kommt mal nach da runter. Das kommt da rüber. Und dann kann ich eigentlich hier freimachen für doch drei kleine, schwere Mörser, oder? Das sollte doch eigentlich im Rahmen des Machbaren liegen. Das kann ich verkaufen. Das ist Krütze. Ähm. Und das kann auch weg. Okay. Ja. Eine Windturbine. Die Sache ist halt die. Autschi. So. So. Wir brauchen Upgrades. Gut. Die haben wir. Ich müsste das quasi so bauen. So. Dann wird der mal verkauft. Und dann baue ich mir hier unten einfach die Mörser hin, die ich gerne hätte. Boah. Das ist halt ein ordentliches Wackelkonstrukt. So. Jetzt, wo das gebaut ist. Sehr geil. Okay. Das sind 200.000 Millionen. Okay. Vielleicht nicht 200.000 Millionen. Aber es sind doch schon ein paar Gunners da drüben. So. So. Das heißt. Er wird mir das wahrscheinlich nicht einfach so kampflos lassen. Uh. 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 Basser. Nein. Oh. Unangenehm. Böses Basser. So. Okay. So einfach wird das dann doch nicht. Doof. Okay. Dann müssen es halt die zwei da machen. Oh nein. Ja. Nicht so tragisch. Da war noch nichts drin gewesen. Da ist. Ja. Das ist alles entspannt. Das sind Portale. So. Dann kommen wir her. So. So. Und so. Könntest du bitte aufhören damit? Das ist sehr, sehr unangenehm. So. Okay. Da sind Gunners. Mal gucken, wie gut die sind. Oh. 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 Nein. 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 Das machen wir nicht. Oh. Oh. Sehr schön. Oh. 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 Nein. 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 Das machen wir nicht. So. Was Fieses tun wir hier nicht. Okay. Okay. Oh. Da kommt sogar was durch. Das finde ich sehr gut. Hier. Bisschen kürzer geschossen. Alter. Okay. Da sind halt ganz, ganz viele Gunners. Aber dass da wirklich was durchkommt, finde ich halt einfach richtig geil. So. So. Okay. Aber jetzt kommt da nichts mehr durch, wahrscheinlich. Gut. Energie hat ordentlich gelitten. Ja. Wieder hier. Unangenehm. Ja. Das. Das funktioniert so leicht nicht, mein Freund. So. Dann mal hier ausgewählt und rüber damit. Wir wollen mal gucken, dass wir ein bisschen was von den Gunnern wegholen. Weil das muss ja nicht sein, dass da so viele sitzen. Das muss ja nicht sein, dass wir ein bisschen was von den Gunnern wegholen. Und? Wie sieht's aus? Ah. Kommt noch nix an. Schade. So. Die können wir nochmal rausnehmen. Oh. Schön. 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 Und zack. Und zack. Ja. Okay. Der eine ist halt viel zu kurz. Aber die kommen gut. Oh. Schön. Das zieht ihm jetzt auch ein bisschen. Ressourcen. Das finde ich schön. Aha. Sehr, sehr schön. Der Howie, der wird niemals durchkommen. Aha. Guckt mal einer an. Guckt mal, schau mal, was wir da haben. Hier nochmal ein bisschen rüber. Da nochmal ein bisschen geschossen. Und hier nochmal. Sehr, sehr nice. Das kommt an. Da oben kommt auch. So. Oh. Wir haben hier die Buster rausgenommen. Finde ich schön. Okay. Und. Da kam jetzt nichts durch. Okay. Wir haben die Kanone im Aufbau. Hm. Das Energieschild gerade gebrochen. Unangenehm. Ja. Okay. Bei ihm ist voll, ist aber auch nicht so prickelnd. Vielleicht kann ich... Boah, das wäre ein Meisterschuss, aber ich will es probieren. Oh, schön. Ich will es probieren. Ich muss eigentlich nur mit der Buster von hier oben da rein cutten. Dann bin ich happy. So. Ja. Jetzt werden nochmal die Gunner mal trittiert und bearbeitet. War abzusehen, dass sowas passiert. Ja. Er will hier nochmal meinen... Genau das will er treffen. Mein Energieschild. So. Das muss ich ihm irgendwie madisch machen. So. Weil auch wenn die Buster jetzt kommt, die hat hier keine schöne Zeit mehr. Das ist wichtig. So. Ne, warte mal. Erstmal hier seinen Sniper wegnehmen. Das wäre wichtiger. Okay. Er hat meinen Schüsse verbraucht. Jetzt hier die Buster nehmen. Gunner und Gunner. Mir schicken wir einen Gruß. Okay. Sein Sniper darf nochmal gehen. Und hier mit der Buster jetzt... Ja, genau da will ich eigentlich hin. So. Jetzt hier schießen und reparieren. Weil die Buster darf ich nicht verlieren. Okay. Es muss einfach nur in Müh Tiefe. Genau. Den Schuss will ich landen. So. Problem ist Chance vertan. Oh, nice. Vielleicht kann ich ja da unten rein cutten. Also hier. Das wäre echt super. Kommt leider nichts durch. Da oben. Okay. Vielleicht... Ah, okay. Ich muss aufpassen. Das ist eine super unangenehme Situation gerade. Oh, auch unangenehm. Da reicht die Anti-Air nicht mehr aus für den Haui. Okay. Gut zu wissen. Ich muss nachziehen. Ah, guck mal hier. Der Sniper, der will raus. Und die Kanone, die will nach da oben. Und vielleicht gelingt es mir. Ach, nein. Es gelingt mir nicht. Schade. Aber... Wir sind noch im Rennen. Und das ist wichtig. So. Okay. Da sitzen überall Gunner. Na, komm. Lass mich bitte da nochmal. Boah. Schmerzhaft. Er hat einen richtig unangenehmen Winkel. Oh, nein. Oh, diese... Diese doofe Bassor. Ehrlich. So. Dann komm mal her. Gucke mal. Schau. Und... Feuer frei. So. Und weg mit dir. Yo. Gigi. Hat er gut gespielt. Ich konnte ihn da nicht schießen. Ach, schade. Schade, schade, schade. Waren einfach zu viele Gunner die ganze Zeit. Hm. Schade. Ich hab gehofft, nicht kriegen. Aber die Bassor ist einfach so eklig. Oh. Das wollte ich eigentlich machen. Ich wollte ihn da richtig schön käsen. Aber... Muss ich sagen, mit den Mörsern unten bin ich zufrieden. Das kann richtig böse sein. Die Portale sind auch nervig. Aber er hat gut geämpft. Er hat es gut gemacht. Jo. Ich hab meine Chancen einfach vertan. Deswegen kann ich nur sagen, GG. Wenn es euch gefallen hat, über ein Like, Kommentar oder Abo würde ich mich freuen. Ansonsten genießt die schönen Tage. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüü